Alles super, ihr Mini-Cooper? Tja, eine berechtigte Frage von Dave, von James und von allen anderen Leuten, die sich diese Frage insgeheim auch schon gestellt haben, sich aber nur noch nicht getraut haben, sie zu äußern. Tja, ich habe dies getan und ich fuchle hier wie bescheuert mit meinem Kopf rum, weil ich es kann, ähm, und weil ich gerade am überlegen bin, wir müssen, ich kann euch das ja schon mal verraten, wieder hier in das Foyer. Okay, dann müssen wir jetzt im Prinzip hier geradeaus und ganz dahinten rechts runter. Äh, natürlich geht dies nicht ohne Gegner, ohne Leute, die uns nicht mögen und ich bin gerade am überlegen, wie man am besten da hinkommt, denn dann ist die Mission geschafft. Hm, von da, da sind wir das letzte Mal hergegangen, das Ende des letzten Males und hier. Ah, okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, feiern! Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, fuck. Das ist schwierig. Okay. Ich mag den Tacker, ja, aber... Naja, ich bleibe jetzt erstmal bei diesem hier. Ich würde, das wäre so geil, wenn man so schleichen könnte. Kann man hier denn echt nicht schleichen? Das ist doch blöd. Moment. Nee. Hätte auch so Klackerschuhe an, als wenn man so Stücke Schuhe tragen würde. Ah, ich hasse das. Äh. 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 Da oben war noch einer, ich hab's gesehen. Okay, okay, okay. Ich musste mich gerade echt ein bisschen konzentrieren, deswegen habe ich nichts erzählt, aber es gab auch nichts Weltbewegendes, was sich gerade in den letzten paar Sekunden auf der Welt getan hat, was uns interessieren könnte. Hallo. Jetzt bin ich gegen eine Säule gelaufen. Verdammt, noch mal. Ein bisschen goofy rauslassen. Mit einer goofigen Lache werde ich den pläten. Ja, 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 ja. Was, 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 was? Ich werde euch pläten, habe ich gesagt. Nein? Scheiße. Bam! Wenn das nicht mal in die Fresse war, dann weiß ich's auch nicht. Hier oben ist doch auch einer, oder nicht? Oh, es ist schwierig, Leute, es ist echt schwierig. Moment, da ist, ah, ich hab' ne Idee. Was, 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 was? Was? Hallo? Müssen wir da oben erst, also, räume Straße machen, okay. Wer ist denn hier? Gut, das war ganz kurz Kampfmusik. Äh, wenn ich jetzt hier runter, äh, das ist doof. Ich kann mich ja hier nicht runterlassen, so. Weil, wenn ich, wenn ich jetzt hier runterspringe mit meiner Lebensanzeige, sterbe ich. Kann ich euch mal demonstrieren? Oh. Okay, jetzt habe ich statt einem Prozent Leben noch 0,00001 Prozent. Das ist natürlich sehr viel besser. Ja. Ey, das geht sogar, cool. Ich wollte noch was gucken. Komme ich hier gar nicht mehr rein? Schade. Schade. Ich hatte, äh, eventuell die Hoffnung, dass hier noch so ne, so ne Rüstung wieder drin sein könnte, so ne Schutzweste, aber nö. So, ich glaube, jetzt kommen noch ein, zwei Leute, maximal. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh, ey, ja. Scheiße, ey, was ist denn das für eine Ranz? Eindringling gesichtet. Hallo. Was sollte das jetzt bitte? Eindringling gesichtet. Ja, super, wie soll ich das denn schaffen? Haha, witzig. Eindringling gesichtet. Okay, das kann ich, glaube ich, knicken mit dem Speicherstand. Eindringling gesichtet. Eindringling gesichtet. Nein, brauche ich nicht, aber... Ich brauche ein Leben. Ich brauche sogar zwei. Tja. Ich will kein Arschgeweih. Das wollen wir doch alle nicht. Alle wollen lieber Gicht, als ein Erdbeben zu erleben. Ja. Ach, das ist doch eine Verarsche. Leute, wie schafft... Wie soll ich das machen? Holy shit, how should I do that? Wie bitte soll ich dies, äh, bewerkstelligen? Moment. Oh, diese Musik, ey. Die macht mich kirre. Vor allem, wenn man diese auf Kopfhörern hört. Wah. Toll. Eindringling gesichtet. Ja, hör auf. Halt deine... Wo bin ich jetzt? Hallo? Wo bin ich? Ach, da. Hä, warum fange ich denn hier wieder an? Okay. Ist er das? Ne, das ist das Einschlussloch, ne? Scheiße, ich wollte drüber springen, nicht drauf springen. Ah. Ist ja keiner mehr, oder was ist das? Was ist, wenn ich hierher gehe? Ist auch das Gleiche. Hö. Hö. Was ist hier los, Leute? Oh. Ich guck mal eben auf den Timer. Und zwar, ungestört. Dankeschön. Ja. Toll. Drei Minuten, dreieinhalb Minuten haben wir noch. Dum-di-dum-di-dum-di-di. Ach, Mann. Aha. Ich hatte nicht... Ich hatte nicht in Erinnerung, dass das noch so kompliziert war hier. Eindringling gesichtet. Halt die Fresse. Eindringling gesichtet. Weckungsfeuer! Toll. Eindringling gesichtet. Wirf, wirf. Es ist der Eindringling. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Ah. Ich will euch doch nur anlocken. Verdammt. Hä? Da kann ja keiner mehr herkommen. Das heißt, da sind wir ja schon mal safe. Das heißt, wir müssen... Das war nicht gut. Uns unseren will ich hierher bahnen. Das ist eine Shinies, ey. Ist da keiner mehr? Was soll das denn? Boah! Ey, sag mal, Leute, wie bescheuert seid denn ihr? Ich baller da hierhin die ganze Zeit. Eindringling gesichtet. Was weiß ich was? Alles und... Wie kacke seid ihr denn? Das ist selzend. Moment, ich habe eine Idee. Es ist eine gute Idee, meine lieben... Eindringling gesichtet. Ja, gut. Kennen wir schon. Hier geht es das nächste Mal weiter. Tja. Das war es mal wieder. Ich musste natürlich pünktlich wieder aufstoßen. Boah. Aber ich bin doch pappensatt, ey. Ja. Haben wir wie er weiß gelernt. Nämlich, dass ein scheinbar Leuchterweg nach draußen natürlich nicht leicht ist. Wie könnte es auch anders sein? Tja. Recht herzlichen Dank für eure... Aus... Na, nahezu ausweglose Aufmerksamkeit. Das sind noch zwei Leute wahrscheinlich. Naja. Auf Wiedersehen. Mga. Mga.